Oneplus ist das flexible 18-Volt-Akkusystem mit über 50 Geräten rund um Haus und Garten, die alle mit einem und demselben Akku arbeiten können. Die Lithium-Plus-Akkus von Ryobi sind für mehr Leistung, Laufzeit und Lebensdauer als jemals zuvor konzipiert. Der Akku, der mitdenkt. Die IntelliCell-Akkutechnologie überwacht jede Zelle einzeln. Das einzigartige Leistungsmanagement liefert optimale Leistung und Laufzeit für alle Oneplus-Geräte und Anwendungen. Der Überlastschutz schützt den Akku und das Gerät durch sofortige Abschaltung bei Überlastung. Die Hochleistungszellen sorgen dank geringem Innenwiderstand für eine optimale Leistungsbereitstellung für jede individuelle Anwendung vom Winkelschleifer bis zum Rasenmäher. Die Akku-Ladestandsanzeige informiert per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus. Mit einem 1,5 Ampere-Stunden-Akku können bis zu 290 Löcher gebohrt oder 72 Stücke mit der Handkreissäge abgeschnitten werden. Arbeiten Sie länger mit nur einer Akku-Ladung. Und zwar mit dem 1,5 Ampere-Stunden-Akku. Und wir finden Sie ein super result faisfor. Vielen Dank.